Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory. Ja, wir sind wie immer noch voll in der Bauphase. Im Augenblick werden hier jetzt hauptsächlich, ja, die Gerüste gebaut. Den sollte ich eigentlich einen höheren. Um Wichtigkeitsgrad zu weisen, dann müssen wir auch mal wieder Holz fällen, denke ich mal. Aber erstmal will ich gucken, dass ich den Berg hier weiter abtrage, da sind wir ja das letzte Mal dran hängen geblieben. So? Mhm. Mhm. Achso, an dem Steinbruch können sie gerade nichts mehr machen, weil der seine maximal Tiefe erreicht hat. Kann ich den, äh, was, kann ich den nicht mehr? Doch, ich kann ihn noch tiefer machen, okay. Gut. Das wäre es jetzt gewesen. Aber erstmal gucken, dass wir hier weiter abtragen. Was auch du immer mit dem Holz hier willst. Oh. Ich brauche история. Oh. 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 Okay. Okay, hier. so wie ich richtig sehe habt ihr mit den holzklötzen da richtig aufgesetzt das heißt ich kann die schon mal löschen die vier und dann muss ich holz fällen das heißt die steinbrüche packen wir mal 1 zurück so und die baumfäller sind unterwegs da sind sie jetzt aber gut am roden da macht das holzen abflug ist auch der den baumstamm ja da fliegt füttern wir die leeren bestie oder was auch immer da unten ist so der läuft ganz osten rum auch gut für den wegfindung das so möchte aber ja die größte sind fast fertig so wie sie aussehen da fehlt noch holz da fehlt noch holz aber es kommt ja zum glück jetzt wieder holz rein flupflup flupflupflupf ja es wird auch das hier langsam begehbar in unserer burg und da sind schon die ersten sollen soweit fertig das sogar schon eine nut drauf gesetzt wurde so dieses gerüst ist schon fertig in was jetzt fertig aus hier hat er an dem gerüst fehlt noch ein bisschen was aber kann ich da nicht platzieren allgemein sind die roten rote flecken das war jetzt nicht mein absicht das war richtig sieht hier doch allgemein irgendwie komisch aus so das ist besser aus sieht hier drüben alles in ordnung aus hier sieht alles in ordnung aus hier zum beispiel sieht es auch wieder komisch aus da haben wir jetzt was abgerissen was wir nicht abpressen wollten lassen wir sie einfach mal bauen mal sehen was dabei rumkommt sie sind mit der baustelle fertig sie haben die rampen komplett also die baugerüste jetzt komplett platziert so so So, mit dem Abholzen hier sind wir fertig, das heißt wir holzen auch noch hier ab. Weil wir brauchen immer noch sehr viel Holz, so wie es aussieht. Ich wollte gerade sagen, werden eigentlich auch die Eckpfeiler berücksichtigt, aber ja, werden sie. So, mit dem Abholzen hier. So, mit dem Abholzen. 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 So. So. hab ich den hier zu früh abgerissen so wie es aussieht da ist ja soll nämlich noch nicht hoch genug gewesen der will jetzt an eine von den sollen nein der will hier drüben an eine von denen sollen die säule wollte er so ein baum steht noch der gefällt werden möchte und wieder abflug okay dort haben wir hier oben noch wald oder hier oben wenn es gar nicht anders geht zum glück haben wir hier eine brücke dann kann man nämlich ziemlich leicht an den wald ran also die verbindung zwischen holz und hackblöcken und wald ist nicht sehr groß durch die hängebrücke und Okay. Ah, sehr schön. Er hat jetzt da die Säule gelegt. Gut. Guckt mal, die Plattform ist schon fast fertig. Ah. Guckt mal, die Plattform ist schon fast fertig. Der geht jetzt zu einer von den Säulen. Du gehst zu der Säule, ist auch gut. Und ja, den Stau haben wir mit den Treppen hier jetzt auch gut gelöst. Ja, den Stau sind schon fast die Plattform啦. Okay, lassen wir sie einfach bauen. Den können wir wieder abbrechen, weil die Bäume hier sind alle gefällt. Stein haben wir eigentlich noch mehr als genug. Es können halt immer nur acht Leute gleichzeitig am Bauauftrag arbeiten und die restlichen arbeiten halt im Steinbruch. Der lässt seine Aggressionen raus. Es ist halt toll, dass die Brickthorns eigentlich alle irgendwann anfangen böse zu gucken. Lächelnde Brickthorns habe ich eigentlich irgendwie gar keine. Ich habe aber noch mehr als genug Steine eigentlich. Das ist natürlich.